Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns, Matze auch da, hallo Matze. Ja, servus Leute, ähm, ah warte, wir wollten die Challenge machen, nichts abbauen damit, nichts abbauen damit, ne? Wir machen die Challenge, wir wollten nichts abbauen, so. Ähm, ist mir jetzt gerade noch rechtzeitig eingefallen und wohnet euch nicht, wenn ich mich vielleicht ein bisschen anders anhöre, ähm. Ne, ich wusste nicht. Nicht? Okay, das ist gut, ja, weiß ich nicht, weil ich hab mal ein komplettes Setup umgebaut, äh, PC, Bildschirm und so weiter. Ähm, ja. Und deswegen hängt mein Mikro auch jetzt ein bisschen anders da, aber wenn sich das gleich anhört, ähm. Vielleicht ist meine Tastatur wieder so laut wie immer, weil da hängt das Mikro jetzt absolut direkt darüber. Und ich hänge eigentlich so direkt über dem Mikro, es sieht richtig, richtig behinderter aus, glaube ich. Oh, hier sind ja ein paar Spaßbögel hier, die sich hochstecken, jawoll. Ja, ist echt so. Und wir müssen nichts abbauen. Hahaha. Der eine guckt dem anderen ganz hinterher, oooh. Naja, wenn es den Spaß macht. Aber es wird eh wieder interessant mit dem... Oh, what the fuck? Als ob ich war doch nicht ARPK, sondern Bullshit. Mit dem Licht, mit dem Licht abbauen, weil, ähm, es gerade regnet und somit das alles echt lange dauern wird hier, glaube ich. Ja, dann können aber echt halt einige, glaube ich, runter sich buddeln, runter sich buddeln. Aber das wird so witzig, wenn dann der Regen irgendwann aufhört und... Und einfach alles auf einmal abfuckt. Ja, genau, weil überall die Lava ist in dem Augenblick. Das wird so lustig. Alter, ich dachte gerade, der Kerl hat fast deinen Skin. Du bist doch den blauen. Ja, der ist voll ähnlich, muss man sagen. Der ist grau und nicht blau. Aber vom Motiv hat er auch... Ja, genau, das ist genau dasselbe. Jetzt kriegt ihr auch alle Damage schon in der ARPK-Seite oder was? Ah, allerselbe. Wir können damit. Das ist allerselbe. Ich hab dabei... Ah, nichts abbauen! Hohoho! Hohoho! War das knapp, Alter! Ich war das so lustig. Was ist vielleicht aufgenommen, aber ich hab nichts abgebaut. Aufnehmen dürfen wir, ja, ne? Aufnehmen dürfen wir, ja. Achso! Oh! Achso! Oh mein Gott! Ich dachte gerade so, what? Oh mein Gott! Ja, macht's dann, ey! Jungs, hier ist die Lava. Ja, da ganz unten ist die Lava. Das ist ein bisschen critical point. Ähm, he's got a point. Und irgendwie... Alter, wir werden so drauf gehen hier oben am Ende. Da vorne brennt's schon, oder? Nein, ne? Regen löscht es jetzt. Ja, es wird alles sofort gelöscht, ne? Aber theoretisch können wir direkt runter sprinten, denk ich, ne? Man ist V8 fertig. Alter, zu V8... Ich hab gerade eben geschrieben, wenn V8 fertig ist. Es ist auch noch ein Test zu sehen. Mein Gott, Leute. Ich weiß es nicht. Ich glaub, zu V8 müssen wir immer noch ein extra Info-Video machen. Wir haben es schon so ewig gemacht. Wow, war das ne Bombe. Nein, nicht speziell zu V8. Wir haben am Ende vom 10k-Abo-Special was gesagt dazu. Weil ungefähr 100.000 Leute da gefragt haben. Wir können's nachvollziehen, dass wir alle fragen, auf jeden Fall. Ähm, aber es wird's auf jeden Fall noch dauern. Ja. Ähm, und wir sagen immer wieder dasselbe. Also, wir wollen es gerne fertig bauen. Es gibt halt... Es ist halt, ähm, schwierig, weil wir halt aktuell keine Zeit haben. Wir wollen es nicht anfangen zu bauen. Und dann irgendwie immer so ein bisschen was dran bauen, weil das funktioniert nicht. Weil wir müssen uns da wirklich konzentrieren und mal ordentlich Zeit nehmen dafür. Ähm, weil es auch nicht so das einfachste Konzept ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Von dem bisschen was ihr schon wisst. Ähm, aber dementsprechend ist es also... Dementsprechend, ohlala. Ja, ja. Und, ähm... Ist schon wieder richtig steil. Und, ähm, wie gesagt... Warte, ich krieg nen Drehbomb, wenn ich so schnell nen Treppenaufgang... Abgesehen davon können wir auch nicht... Uh, können wir auch nicht garantieren, ähm, ob V8 überhaupt mit den neuesten Minecraft-Updates überhaupt noch so funktionieren wird. Und ob V8 überhaupt von der Technik her bei den PCs umsetzbar ist. Weil, äh, das eventuell, äh, wegen dem ganzen letzten Kram enorm lenken könnte, ne? Und, da müsste man überhaupt mal gucken, ne? Aber... Der hat darunter gedumpt. Ähm... Ja, Drehwurm. Kennst du nen Drehwurm nicht? Mhm. Drehwurm. Ja. Ich hätt's eigentlich voll den krassen Flachwitz machen können, aber ich lass's lieber, sonst steh'n Matze wieder. Ja, ich hab jetzt eine Wolle aufgenommen, aber ich werf die wieder weg, nicht das... What the fuck? Hallo, wenn wir die Wolle aufnehmen, dann... Wir dürfen ja aufnehmen. Haben wir noch einen jemanden rausgefunden? Ja, schon, aber ich bau auch nichts... Ich will auch nichts anbauen, so nach dem Motto, ne? Ja, dann machst du ja dann gleich den doppelten Challenge. Dann sch... Ja? Ja? Dann werd ich euch... Dann werd ich euch sabotieren. Hä, seit wann geht denn Q nicht mehr zum Wegwerfen, kannst du mir das mal sagen? Ist echt erbärmlich. Ähm... What the fuck? Ich krieg die Wolle nicht raus. Gute Frage, was ist denn der Hotkey zum Wegwerfen? Also früher ging's mit Q, aber... Das stimmt. Mit was ist es denn aktuell? Ja, frag mich doch was leichteres. Option... Äh... Wo ist die Tastenbelegung? Controls, okay, ich bin nöt. Lackt der Server oder... Job Item. Q, was steht auch da? Hallo? Q, ja, Q geht... Dann lackt der Server glaub ich gerade hart, oder? Du bist AFK, halt die Fresse. Mensch, da hab ich jetzt halt mich die ganze Zeit AFK. Damage. Ja, sorry, ich muss mal kurz gucken hier, wie man hier Zeuge wegwirft. Hm. Ah, wir platzieren den irgendwo, wo's lustig ist. Der eine Kerl hat 18 Frames, also ich hab 90. Äh, so ist es ja nicht. 90? Hm. Ich find 90 auf. Kannst du mir einfach welche abgeben, du Reicher, du. Uh, jetzt brennt's hier, aber glaub ich falsch. Oh, Leute, voll die Frame Drops. Ja, wird jetzt auch ne Explosion gegeben, so nach dem Motto. Ja, aber es brennt auch wieder alles. Es brennt jetzt alles. Ja, das hab ich auch, das Gefühl. Ähm, das weiß ich, ich hab's auch gehört. Alter, Q geht bei nämlich. Ohne Scheiße, ich spam das hier. Ja, du sollst einfach aus deinem Inventar rausziehen mit E. Okay. Ja. Das sind vergabene Probleme. Ich hab vorne zehnmal, äh, hunderttausendmal Q-Spams. Ganz im Ernst. Ja, vielleicht wärst du ja nach 10.000 Mal gegangen. Oh shit. Weiß ich gar nicht. Fuck. Okay. Also das ist hier die, ähm, Seite. Oh, Leute. Wir müssen nur da runter. Okay, ich hab nicht einfach. Fuck. Ist hier irgendwo ne Bombe gewesen? Ähm. Ne, ich bin durchs Feuer gegangen dafür. Du hast durchs Feuer gegangen. Oh je, jetzt hör ich's brennen. Scheiße. Alter, ich werd so draufgehen. Oh. Ich werd so draufgehen. Den Drewe muss ich jetzt nicht kaufen nehmen. Lava, schick. Nein! Oh mein Gott. Jetzt muss ich hier Trickjumpen. Trickjumpen, alles klar. Oh. Oh. Oh mein Gott. Nein. Na. Oh. Ich dachte gerade, ich hätt's verkackt. Alter. Hier brennt alles. Hier brennt alles. Au, 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 au. Ich darf nicht abbauen. Wir sind eh für mich. Ja, wir dürfen's abbauen, Digga. Ja, das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Moment. Ja, okay. Glas können wir eh nicht zerstören. Dürfen wir Feuer abbauen? Also, löschen? Ja, das schon, oder? Also, das hab ich... Ich hab's gerade schon gemacht. Einmal hab ich gelöscht. Ist... ähm... Aber gut, dann lass ich das jetzt auch sein. Ich lass... Würde das als... Okay, das war auch nicht so die beste Idee, glaub ich. Ähm, haben die weitergegraben? Im Tunnel? Ich weiß es nicht. Ähm, im Tunnel. Ja, ne. Irgendwie nicht so ganz. Ähm, dann seh ich jetzt noch eine Chance. Ich grade in etwa gefunden hatte. Ach, fuck off. Das funktioniert nicht. Die ist jetzt aber, glaub ich... Ah, ja. Hier. Mach hin! Bist du im Treppenhaus? Ja. Ja, gut. Ah, doch, da. Ah, du bist direkt vor mir. Lauf, 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 lauf! 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 Lauf ja schon! Lauf! Run, Forest, run! Da, 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 da. Alter, haben die da oben aber wieder alles zugebaut, ne? Oder wie sieht das aus? Gehen in die... Ist hier ne Bombe oder so? Kann sein, ja. Ja, das wäre ganz chillig, weil da können wir uns freisprengen. Lava im Lift, ja. Wir spielen hier eigentlich so häufig auf dieser Map, aber wo die Bomben sind, das weiß ich nicht, sondern wir wollen nicht auswendig. Ne, das ist aber irgendwie so, ich weiß auch nie, in welchem Stockweg man jetzt ist. Ja komm, das zählt man ja halt auch nicht, ne? Höhe der 3 nachts ist schlecht bei mir Buddeln wir weiter im Treppenhaus Im Treppenhaus Im Treppenhaus Es ist so eine Falle dieses Haus wie dein Physiklehrer What the fuck are you talking about? Ach Matze Du nicht so Ich hoffe diesen Facepalm hat man gehört Ah hier ist eine Bombe Nein fuck wir dürfen die jetzt abbauen Ah wir dürfen die jetzt abbauen Nein wir dürfen nicht mal das machen Nein Das Problem ist halt auch die kann man nicht sabotieren Weil ja auch keine weiße Wolle ist Das ist eine Bombe die kann man nicht manuell zünden Oh 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 Dann möchte ich irgendwie davon weg Das stimmt Nicht dass die dann plötzlich hoch gehen wenn ich daneben stehe Das ist ja so unser Glück Ja wegen dir War das die Bombe direkt über uns? Nein nein unter uns Glaub ich Ähm Hab den Hebel bei uns Müssen wir wieder wo gewinnen Matze glaube ich oder Oh die haben wir den Hebel Nice Die buddeln hier immer weiter runter Okay ich hatte letztes mal eine Renderdistance mal wieder hoch Oh fuck pvp geht los pvp geht los pvp geht los Pvp geht los Kommt zu mir kommt zu mir wir sperren uns hier mal ein Woll fuck merl es ist fast halt fast niemand Kille den 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 Okay, kill den, kill den, kill den, kill den, töten. Oh, sorry, ich hab dir grad einen Blick gegeben. So, der ist jetzt gleich. Alter, wie viel hell der nimmt der aus? So, jetzt ist er, Mike. Haha, ha, lol. Nice. Nice, warte, lass das Selfry. Hinter uns, hinter uns brennt's, nimmst du hier runter, nimmst du hier runter. Habt das nichts gemacht mit der Scheiße Rinderlist uns runterstellen? Oder wir killen einfach alle anderen. Wir killen einfach alle anderen und killen einfach alle anderen. Oh, ja, oder wir gehen weiter runter. So geht's natürlich auch. Nice. Kommen wir hier weiter? Nein. Okay, wieder hoch. Wir müssen die anderen killen, wir fangen alle sterben. Hier hinten ist da, wir dürfen das nicht abbauen. Scheiße. Wir dürfen das nicht abbauen. Aber die verbrutzeln da drin, die verbrutzeln da drin, die verbrutzeln da drin, die ver... Hinten aus, hinter uns, hinter uns, Albula, Albula. Nein, nimmt auch auf, glaub ich, ne? Ja, 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 ja. Ja, kill den, kill den. Oh Gott, wie low er ist. Er wird sich einbauen, er wird sich, er wird sich wieder einbauen. Digga, nein, jetzt stirbst. Ich komm schon. Nein! Ja, ich, jump, 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 jump. Ich bin hier oben, kill den. Oh, fuck. Ich, ich hab ihn. Wir haben ihn gleich. Hau nicht die ganze Zeit mich, Digga. Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hallo? Ja, ich hau ihn schon, ja, ich hau ihn schon ein bisschen drauf. Alter, wie sich alle zubauen, das ist voll assi. Nein, nein, wir sind hier eingebaut, wir sind hier eingebaut. Ja, wir sind ab hier eingebaut, Mann. Wir kommen hier nicht mehr raus. Nein, Kiki, doch nicht die ganze Zeit weg von mir. Wo ist er? Da drin irgendwo. Wir kommen hier nicht mehr raus, das ist unser Problem. Wir kommen aus diesem Raum nicht mehr raus. Ach, wenn die Lava... Ist gut, dann sind wir doch safe in die Lava. Keine Ahnung, kannst du dich denn bitte mal killen, den alten Buller? Nee, ich kann nicht killen. Da bot sich immer wieder ein. Das ist wirklich ein Scheiße. Alter, ohne Abbau, das ist ja so ein Graus. Vor allem... Der hat uns ja auch tonnenweise Wolle, die anderen nicht, ne? Hier, hast du wieder... Ja, geh doch weg! Da, 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 der Bullen lauft, der Bullen lauft! Nein! Es ist hinter uns, hinter uns, hinter uns! Wer alte Buller... Oh... Ja, gut, der hat uns eingebaut. Warte, hinter uns kommt Aaron HD, Aaron HD, Aaron HD. Sorry, der ist richtig. Ah, nice, wir kommen wieder raus, wir kommen wieder raus, wir kommen. Kill ihn, hau ihn in die Lava, hau ihn in die Lava, hau ihn in die Lava. Nice, nice, er ist tot, er ist tot. Oh, nein! Oh mein Gott! Oh, sorry! Nein! Nein! Sorry! Nein! Was doch, wenn du triffst, verdammt! Nein! Sorry, nein! 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 Alter, da geht's... Oh, oh, oh! Ah! Das war hier, das war hier in der Nähe, oder? Bitte lass mich runter, bitte lass mich runter! Alter, ey! Ich bin so bemüht, dass der Kerl da hinten, dass der Kerl da in die Lava fliegt. Ah, aber du bist das nur noch zwei Gegner, ne? Ja, ich weiß, ich muss hier aber irgendwie... Du bist fuller, halt. Ich kann hier, ich darf nichts abbauen, das ist mein Problem. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, scheiße, Bruder, ich bin so am Arsch. Boah, leck der Kacke, ey! Die Galaxy erlädt immer noch. Ja, keine Ahnung, jetzt... Ja, keine Ahnung, jetzt... Wer steht denn in der Luft hier, oder was? Alter, wie, 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 wie sagen, stirbt der denn bitte mal? Oh! Sorry. Nice, so. Ja, ich bin aber über, ich bin höher als er. Sollte ich einfach mal das Licht ausfällt? Ich muss nur noch 40 Sekunden durchhalten und ich bin höher als er. Dann hab ich ja gewonnen, oder? Joa, auf jeden Fall. Aber wie der überlebt hat, findest du schon, was der macht? Der Alt-Buller? Ja, Alt-Buller, ja. Aber ich bin sehr... Oh! 30 Sekunden. Scheiße! Nein, bitte! Nein! Ich will nicht sterben! Oh, da kommt aber stell was runter zu dir, von oben. Ja, jetzt ist es nur noch 15 Sekunden. Das werde ich jetzt wohl noch überleben, ey. Lo... Lo... Seit wann ging denn bitte... Seit wann ist denn den Larm-Run bitte mal über die Zeit entschieden worden? Lo... Lo... Das ist der allererste, ne? Das ist... Also für mich ist das der allererste. Theoretisch müsste ich jetzt gewinnen, oder? Ja! Nice! Oh, sorry, Alt, dass ich dich gekillt habe, ey. Sorry, Alt. Ja, eigentlich hätte ich gewonnen, ne? Spaß! Aber gut, nächstes Mal kill ich dich, weißt du? Das ist jetzt echt die Frage, wenn... Am Ende zwei... Auf derselben Höhe wie bei deinem Leben. Wenn die Zeit abläuft, wer gewinnt dann? Ja, dann ist es random. Keine Ahnung. Oh, random. Boah, Alter, das war schon wieder way too intense, Alter. Puh! Schreibt mal, dass wir noch ein Extremen machen. Ja, genau. Ja, ich hab schon. Ja, that's my boy. That's my boy. Kein Cut oder so. Ja, ähm... Das ging echt lange. Also irgendwie sind mega lang alle überlebt. Haben wir echt alle lang überlebt, aber... Erst dann als PvP losging. Mhm. Okay, ich sag, wir warten noch einen Moment, bis alle gejointed haben. Aber als PvP losging... Ja gut, das war halt oben durch, durch, ähm... Durch, 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 hier... Den Regen oder so, ne? Die da war halt einfach... Ja, genau, genau. Ja, wir sind schon neun Leute, um zehn haben die nur maximal darin Platz, ne? Soweit ich weiß. Was? Zehn noch nicht? Ich glaube zwölf, oder nicht? Ne Ahnung. So weit ich. Ne, fünfzehn? Ne, fünfzehn sind nur die anderen, im Extreme nur zehn. Ach so. Und in die Show, was da... Hallo? Hallo? Na gut, dann machen wir das so. Salami, Allergy, komm. Alle Talk zehn. Ähm, ja, ne, wir sind nicht im Play Planet Test, sondern zwar auf dem sind wir im Eigen Test. Jetzt geht's gleich weiter. Einen Job nicht mehr. Was machen wir jetzt für den Challenge? Direkt wieder! Was machen wir jetzt für den Challenge? Du hast ja erlauben, stell mich nicht. Ja, wir müssen über Höhe 200 bleiben. Oder so. Das ist lustig hier. Oder wir müssen alles, das komplette Treppenhaus abbauen. Aber das finde ich richtig heftig. Das ist eigentlich heftig. Über Höhe 200, ich wäre dafür. Über Höhe 200, okay. What's true? Wir sind auf 230 am Anfang. Okay, die Regel war über Höhe 180 beim Labyrinth Extreme. Aber schauen wir mal. Wir können auch 200 machen. Okay. Bei der ganzen Regeln, um, um, um Regeln. Ist die Frage, dürfen wir die Challenge missachten, dafür aber überleben? Glauben nicht. Oder sollen wir sterben? Glauben nicht. Wäre doch kacke, wenn wir dann gewinnen. Oder so. Oh, Leute. Hallo. Ah, ja, ja. Leute. Ich will erst erstmal mal runtersegeln. Aber ich glaube wirklich, hier oben sind wir jetzt, wenn's nicht aufhört zu regnen, sind wir hier oben safe. Absolut safe. Ich wette, ich fall gleich runter. Naja, also, wenn's, wenn's, ja eben, wenn's aufhört zu regnen, dann ist's scheiße. Und wenn's nicht aufhört, dann ist's hier oben safe. Der Galaxy macht dasselbe. Hallo, Galaxy. Die können wir dann gemeinsam runterkicken später. Das ist echt so. Böse Pleite gespielt. Ich mein, der Drache, der fliegt ja jetzt immer weiter runter, ne? Also, wenn er irgendwie runterkommt. Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie der, ähm, dann, äh... Ob er vielleicht auch da lang fliegt, wo, ähm, Spieler sind. Das könnte das nicht auch sein. Und die, die anderen rennen ja alle runter, also, theoretisch. Hm, einer ist schon da rauf gegangen. Jetzt rede ich schon mal etwas schneller, ne? Das ist echt so. Ähm... Ja, wie geht's sonst? Äh, ff... Dir ganz gut da, bitte. Ja. Tun die da, die Camper. Ja. Ne, ne. Challenge... Mach... Machen... Wir... Machen, aber... Das... Oder... Wir... Machen. Ja, huuuh! Ich meine, also, meine Tast... Tippen kann ich jetzt noch schlechter, glaube ich. Dadurch, dass das Mikro hier direkt an der Tastatur... Hängt. Oder drüber hängt. Ne, aber es ist eigentlich durchaus schwer, hier oben die ganze Zeit zu bleiben. Ja, da fängt es nicht aus. Also, würde es nicht regnen. Mit Regnen ist es ungefähr mega easy, aber... Ja, wenn du das hier oben... äh, würde es nicht regnen, dann... facken wir hier ab, irgendwann. Oder so, einfach ist es. Ähm, und zwar... Ziemlich... Alsbald. Aber da es regnet... Ähm... Ich hör den Drachen gar nicht mehr, der ist echt runtergejumpt, ne? So, nach dem Motto... Don't give a f... Okay, ich hör ihn wieder. Scheiße. Wie viele Armos habt ihr? Ähm... Wie viel... Ahhhh! Brenn, 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 brenn. 34, ja. 34, kommt. Hinn. Wärst du schonmal in AFK? Oh, das brennt jetzt von unten schon durch, so ein bisschen, oder? Ja, so ein bisschen. Hab ja auch so viel. Ich hätte mich voll konzentrieren, hier zu schreiben, weil... Immer wenn ich schreiben muss, hab ich... Hab ich keine Hand mehr an der Maus. Ja, okay, das macht irgendwie Sinn, wenn ich mit zwei... Mit zwei Händen zu... Nee, wirklich! Diese Weisheiten, ne? Ahhhh, diese Weisheiten. Ehrlich. Wo ist denn der Drachi? Bei mir, bei mir! Ich wette, ich fall jetzt gleich... Oh shit! Der Drache ist bei uns wieder oben, meinst du? Mhm, sieht aus. Der Drache ist bei uns. Wenn der Drache ist, der Drache ist einfach einmal durchgezieht. Oh, zum Glück bin ich dann hin. Immerhin macht er keinen... Äh, Schaden, wenn er uns trifft. Also so, ne? Dann nehmen wir ihn runter. Kann man auf den Zaun springen, dann kann man nicht, ne? Das ist richtig unnötig jetzt. Wenn du jetzt hier weiter hier oben greifst, dann sind wir aber ziemlich bald am Arsch. Das Eis wird dünn, sag ich mal. Es leben noch fünf Spieler und vier sind hier oben. Ähm, also wenn wir gleich alle am Arsch sind, dann hat der eine automatisch gewonnen. Na, uns ab einem, in einem Schlag gilt er uns nicht, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich fliege jetzt wieder runter. Ja, hoffentlich fliege jetzt wieder runter, oh ne Scheiß. Ich wette, ich fliege jetzt gleich vom Dach. Oder, oder sollen wir einfach hier oben jetzt, äh, den Befehl, den Befehl in den Chat eingeben? Der ist auch draufgegangen. Lol, okay. Das ist jetzt ja wieder hier oben als nächstes survived. Das ist jetzt spannend. Oder wer als erstes den ersten noch, äh, Knockback, äh, raushaut in 320 Sekunden. Dann segeln wir nämlich hier zwei, drei Leute, glaube ich, sehr schnell runter. Das Problem ist, ich hab nur schon vier Herzen verloren, aber das ist dann scheißegal, ganz im Ernst. Der hat noch gar keins verloren, das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, ich war angeblich einmal AFK, was so eine Lüge ist, alter. Lügenpresse, Lügenpresse. Okay, das ist jetzt eigentlich so ein Insight Hammer. Aber ich kenn den nicht. Ja, du kennst den auch nicht. Es war, es war ein lustiger Abend, so. Es regnet immer noch, also wir haben hier oben, glaube ich, echt eine der besten Chancen. Oder, die Challenge können wir, da darf ich natürlich gewinnen. Hab ich das Gefühl. Jetzt hast du Schaden bekommen, siehste? Da wurdest du auch hart genutzt. Alter, das war ungefähr. Hier geh ich jetzt nicht. Also, das kann ich halt auch. Uuuuh, Risky, Risky. Ne, darf ich nicht. Du musst noch mehr Schaden. Ich finde, sie sollte den AFK-Schaden irgendwie im extremen bisschen verringern. Ja, weil... Weil man regeneriert ja auch nicht. Das ist irgendwie so böse. Weißt du, im ähm... Der Drache kommt mir zu uns. Ich fühl dir ein bisschen lang am Ass. Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht mal. Dach da unten. Was ist der Fall? Danke. Ja, mein Hals fackt ab. Naja, mein Hals. Alter, der kommt von hinten. Vorsicht, der Drache kommt von hinten. Ja. Ich hab mal gesehen. Er wills von hinten. Hier, von unten brennt schon alles ab. Ja, ich weiß auch nicht. Wieso, ehrlich. Sobald... Sobald ich das Feuer oben auch rein... Ausbeitritt... Zieht nichts, aber... Ich wette, ich sterb als allererster. Ich wette. Glaubste? Ja. Interessant. Das... Oh, das sind zwei Drachen mittlerweile. Ja, 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 ja. Genau. Das ist so drollisch. Die ganze Zeit muss hier oben hin und her. Ungefähr. Okay, der passiert quer zu uns. Dann wird er wieder schreckt, oder was? Ooooooh, hohoho, hohohohoho. Vorsicht, Ouh! Der kommt viel... LOL! Nicht da, genau. Ich bin wie willig hier weg. Oh... Heißt, wenn man die Lagen brennt. LOL! Ist der runtergefallen? Nee, AFK auf Schade. Hat der AFK denn mitbekommen? Ich hab... Keine Ahnung. Alter, das ist unfair. LOL, 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 Vorsicht, unter dir buddelt alles weg, grade, ne? oh glaubt da ja nicht mehr hinter alter da ist ja das ist richtig scheiß mit dem also hier wird die luft immer dünner das zeig dir eigentlich wer fällt als erster runter 150 sekunden noch dann glaube ich erst nicht runter dann landen oder wie vorhin wieder aber wenn ich jetzt hier unterfragen ich glaube wir haben eine zweite chance zu gewinnen das sollten uns wieder nicht gegenseitig weg die damage kriege ich nur weil ich aufs schreibe das ist wie scheiße aber ganz im ersten wer den ersten hier trifft und runterkickt der ist sowieso winner the winner texten so schiss denn da ist david ans kind ist voll cool jetzt könntest du auch einfach zu regnen dadurch willst du was sie sehen hier ist es nicht so nacht also ich glaube ich noch in anderen die säße sehe ich auch noch oder den sehen auf wenig ankloppen muss noch schon ja es ist gestorben ja gut das ist jetzt nur für uns aber du bist runtergefallen oder ich bin runtergefallen aber ich lebe noch ja interessant wo du bist nur ich weiß nicht okay also ich habe schon gedacht gewonnen das ist schon mal sehr gut ich frage mir jetzt gewinnt irgendwie will ich schon noch gewinnen also fall bitte runter damit scheiße das ist so am arsch das sind glaube ich keine von den flag loader das kriegt letztens irgendeine art kann ich wirklich napp hast du noch dreieinhalb herzen dass du da runterkommst dann dreieinhalb herzen ja drachis wollt ihr mal nicht das ist gerade echt müssen also wenn ich jetzt einmal afk haben dann bin ich tot so wird es halt irgendwie richtig broken ich bewege mich auf allen blöcken die ich hier noch habe ja ich sehe es ich sehe es sind nicht allzu viele macht mal bei der wkl mit es werden noch teams mit gebraucht habe ich da was nicht gesehen ich muss überlegen ja erzähl mal habe ich echt nicht weil ich ja ich kann jetzt nicht den chat lesen ja dann pvp ist aktiv oh mein gott ich habe nur noch zwei blöcke auf denen stehe ich kann nein ja ich bin tot ich hab nicht mal gesehen dass du untergejumpt bist ich war nur so peischt damit beschäftigt weil ich bin gerade wieder unter mir wurde gerade irgendwie wieder 45 blöcke oder so weg ich habe es gesehen und ich habe erst nach unten geschaut wo ich mal hinlaufen kann dann falle ich auf einmal irgendwie so weg ja ich habe es gesehen habe ich hatte die ganze abzeit den plan zu lassen sich darunter springen und die ich dann da runter kloppen weil ich hier mit dir war ja und das ist ja voll schick weil du irgendwie voll in der ecke standest und das war irgendwie schwierig aber naja gut okay so ich würde sagen das war es mit der aufnahme und wir bedanken uns sehr fürs zusehen hoppla sorry schmeißt schon wieder alles um ja tut mir leid und ja bis zu diesem video tschau macht's gut servus